So, welcome everyone to tonight's series. Oh, sorry, jetzt kann ich in Deutsch sprechen. Herzlich willkommen zur Serie, die Gedanken Diät. Wenige denken, mehr sein. Ich habe für mich selber gemerkt, man muss sich das immer wieder vornehmen. Ja, ich will wenige denken. Es lohnt sich, wenige zu denken. Und warum wollen wir wenige denken? Ganz einfach. Wir wollen glücklich sein und wir wollen in unserer Kraft bleiben. Und jeder Tag ist eigentlich gefüllt mit verschiedenen Möglichkeiten, Situationen, Begegnungen, wo wir das üben können. Wir wollen einfach nicht denken. Aber wir wollen nicht nicht denken, sondern das richtige Ausmaß an Gedanken haben. Und die Gedanken haben, die uns Kraft geben, die uns in einer Situation erfolgreich sein lassen. So, jemand hat geschrieben als Kommentar, ja, aber ich will denken. Denken ist etwas Wichtiges und das regt auch an. Und natürlich, wir können nicht nicht denken. Aber wir können schon sagen, dass wir viel zu viel denken. Viel zu viel. Über dieselben Situationen haben wir immer wieder dieselben Gedanken. Und es sind eigentlich dann diese Gedanken, die uns die Energie nehmen, die uns die Freude nehmen. Und da können wir ansetzen. So, das ist unser Ziel. Wenige denken, mehr sein. Es haben noch ein paar Personen mehr jetzt die Umfrage ausgefüllt. Ich werde das Laufen ergänzen. Ihr seht hier, was euch, den Zuschauern, am meisten Gedanken verursachen. Die Zukunft, unpassendes Verhalten von anderen. Das ist am meisten genannt worden. Und auch hier das eigene Verhalten. Wenn man sein eigenes Verhalten ändern möchte und das gelingt nicht und man ist frustriert oder man fühlt sich beurteilt. Und dann diese Verletzung, die wir dann vielleicht ein paar Tage mit uns tragen können. Und das sind alles Dinge, die wir im Verlauf von dieser Serie uns anschauen möchten. Und ich denke, es lohnt sich, so gezielt auf die einzelnen Bereiche einzugehen. Und heute schauen wir uns diesen Bereich an. Ich bin ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Wir haben, glaube ich, auch das letzte Mal da vertieft reingeschaut, weil es einfach ein wichtiger Bereich ist. Das Zusammenleben mit anderen. Da werden wir getriggert. Das verursacht zum Teil Gedanken, die uns eben das Glück rauben. Und das wollen wir nicht mehr zulassen. Wir wollen in unserer Kraft bleiben. So, das ist das Thema von heute. Mit Gedanken schwierige Beziehungen heilen. Wir werden uns zuerst anschauen, ja, was sind denn die Auslöser? Wir wollen da genauer hinschauen. Die Gründe, die uns viele Gedanken verursachen. Und dann immer wieder uns daran erinnern, Gedanken, das ist nicht so einfach dahingedacht und nichts passiert. Nein, das ist Energie, die in mir etwas bewirkt, die auf den Körper eine Wirkung hat, die auf die Umwelt eine Wirkung haben. Und diese Energie, die hat ganz stark auf unsere Beziehung auch eine Wirkung. Und da wollen wir uns einfach bewusst bleiben und nachher eine Methode mit in die Woche nehmen. Mit dem Ziel, dass wir einfach die Woche hindurch mit einer Methode ein bisschen experimentieren. Beim letzten Mal haben wir gesagt, die Methode, einfach die Gedanken zu stoppen, indem wir hier in die Mitte der Stirn kommen. Weil wenn wir viele Gedanken haben, ihr werdet feststellen, wir sind immer weg von uns. Wir denken an jemanden, an eine Situation, in die Zukunft, die denken in die Vergangenheit. Und um das abstellen zu können, können wir üben, einfach hier zurückzukommen. Da ist unser Thron, da können wir uns hinsetzen und uns ausruhen. Aber heute nehmen wir ein anderes mit. Das ist unser Ziel. So wollen wir uns fühlen. frei, glücklich, über die Situation stehend. Auch über schwierige Beziehungen stehend. Das heißt, dass wir schwierige Beziehungen gut meisten können, sodass wir immer unsere Würde behalten können, aber auch ganz wichtig, die Würde des Anderen aufrechterhalten können. Und wir sind realistisch. Wir haben Hindernisse auf diesem Weg. Schaut mal, da gibt es Tannen, die den Weg versperren, zu unserem Zufriedensein oder eine abgebrochene Blücke, Wolkenbruch und da zu oben steht noch ein Bär. All das, das will uns von unserem Ziel abhalten, einfach glücklich sein zu können. Und jetzt ganz wichtig, was wir nur sehr beschränkt versuchen, sind diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Manchmal geht das und wenn das geht, dann setzen wir alles daran, dass wir Hindernisse wegräumen können. Aber, und jetzt gerade in Beziehungen, häufig geht das gar nicht. Wir können in Beziehungen häufig andere nicht ändern und das ist okay so. Auch andere können uns nicht ändern, zum Glück. Jeder wollte ein bisschen etwas ändern an uns, wie unangenehm. Aber wir wollen unsere Erfahrung in der Situation ändern. Seht ihr den subtilen, aber ganz, ganz großen Unterschied? Ich kann nicht, häufig nicht den Grund für meine vielen Gedanken ändern, aber meine Erfahrung in der Beziehung, das kann ich ändern. So, und da wollen wir jetzt mal diese Auslöser anschauen. So, einige von euch haben genannt, ich habe Gedankenstürme, wenn man mir sagt, du solltest das tun, du solltest jenes tun, vor allem, wenn es aus der Familie kommt. Jetzt, vielleicht kann ich das in anderen ändern, aber vielleicht nicht so schnell. Aber zuerst will ich mal schauen, was kann ich tun, damit ich einfach zufrieden bleiben kann. Auch wenn die Leute um mich herum sagen, du solltest das tun, du solltest jenes tun. oder brüskierendes Verhalten wurde genannt, so wenn jemand wie ein Haudegen in der Beziehung ist, ein Elefant im Porzellanladen, wenn es unfaire Situationen gibt oder wenn ich beurteilt werde. So, zuerst mal, glaube ich, ist es wichtig, so drei verschiedenen Level anzuschauen, wie ich eigentlich betroffen bin in Beziehungen. das erste Level ist, dass in einer Beziehung mich das Verhalten von jemandem aufregt, stresst. Aber, wenn ich genau hinschaue, merke ich, eigentlich betrifft mich das gar nicht. Eigentlich kann ich alles, ich kann mein Leben so leben, wie ich will. So, das ist zum Beispiel, wenn ich finde, jemand sollte etwas nicht tun oder jemand sollte sich an Regeln halten, zum Beispiel. Aber, wenn der oder die sich nicht an Regeln haltet, zum Beispiel, jemand ist unfreundlich und grüßt mich nicht. Ja, ich kann eigentlich genauso mein Leben weiterleben. Und so merken wir, dass wir manchmal in Gedanken gefangen sind, wo wir einfach loslassen können. Und wir haben diese Kapazität. Wir können in Situationen einfach diese Gewohnheit, darüber zu denken, ah, das ist nicht richtig, das sollte er nicht tun, das einfach abzustellen. Und wir wollen heute eine Methode kennenlernen, die hoffentlich für euch auch funktioniert. dann gibt es das, also das erste Level ist, wo wo ich mich herausgefordert fühle, aber ich bin eigentlich gar nicht betroffen. Da kann ich einfach die anderen so sein lassen, wie sie sind. das zweite Level an Betroffenheit ist, wenn ich betroffen bin, das stimmt, aber ich kann trotzdem meine Verantwortung wahrnehmen, ich kann eigentlich ohne Behinderung, ohne behindert sein, kann ich meinem Alltag nachgehen. Ich mache ein Beispiel, ein lustiges Beispiel, aber das habe ich schon von mehreren Leuten gehört, das berühmte Sockenbeispiel. Man lebt in einem Haushalt und andere lassen die Socken rumliegen. Und das ist natürlich nur ein Beispiel, das könnte irgendwie etwas sein, aber so die kleinen Dinge, die andere tun und wir mögen es nicht. Aber ja, das betrifft mich, ich lebe zum Beispiel im gleichen Haushalt oder ich arbeite im selben Büro. Und da bin ich gefordert, eine Qualität in mir stark zu machen. Zum Beispiel So, ich möchte noch etwas ergänzen. Ich kann die ganze Situation umdrehen. Anstatt dass ich sehe, was die anderen machen und mich über andere aufregen, kann ich jetzt den Fokus vollkommen umkehren. Und ich kann sagen, diese Situationen sind da, damit ich üben kann, bis ich in meinem Frieden bleiben kann. Ich komme jetzt zurück auf das Sockenbeispiel. Das heißt, ich gebe den Kampf auf, andere überzeugen zu wollen, dass sie nicht ihre Socken rumliegen lassen. Oder dass sie im Office aufräumen sollten, den Küchenbereich aufräumen sollten, obwohl ich das schon mal oft gemacht habe und ich merke, es nützt nichts. Jetzt drehe ich das um und ich versuche nicht mehr, das im Außen zu ändern, sondern ich versuche nur noch, das in mir zu ändern. Und ich sage mir, ich spreche nicht mehr über diese Socken, bis ich innerlich nicht mehr berührt bin. Ich nehme das immer als Training für mein persönliches Wachstum. Und das ist eigentlich, das kehrt alles um. Ich möchte das nicht theoretisch machen, aber stellt euch eine Situation vor, wo ihr in einer Beziehung, wo ihr immer wieder etwas angesprochen habt, etwas sucht habt zu ändern und das hat nicht funktioniert. Und jetzt dreht es um und ihr sagt euch, ich spreche nicht mehr darüber, ich versuche nicht mehr das zu ändern, mein Ziel ist jetzt, schaffe ich es im Frieden zu bleiben, schaffe ich es glücklich zu bleiben, kann ich am Socken vorbeilaufen und sagen, aha, da ist schon wieder eine Socke, das ist glaube ich richtig deutsch, ah, ist schon wieder nicht aufgeräumt, okay, ich mache es, oder ich lasse es, ich lasse es mal schauen, wie lange es geht, bis es dann doch die anderen machen und so kann ich innere Kraft aufbauen. Ich hoffe, diese Beispiele, die ich nehme, die sind nicht so banal für euch, aber ich weiß einfach vom Alltag, das sind diese kleinen Dinge, die uns wirklich aufreiben, wo viele Gedanken verloren gehen, wo eigentlich Beziehungen getestet werden, wunderbare Menschen und dann sind es solche kleine Sachen, die eine Anspannung reinbringen. So, und das dritte Level an Betroffenheit, das erste Level ist, okay, ich bin eigentlich gar nicht betroffen, der andere kann so sein, wie er ist. Ich muss nichts machen. Das zweite Level ist, ja, es hat eine Auswirkung auf mich, aber ich kann einfach lernen, ein großes Herz zu haben. Ich kann lernen, tolerant zu sein. Ich kann lernen, von Perfektionismus wegzugehen und mich auf meinen inneren Frieden zu konzentrieren. Das dritte Level an Betroffenheit ist, wenn ich wirklich eingeschränkt bin, in meinem Tun oder sogar bedroht werde. Da übe ich nicht an, ich muss einfach schön tolerant sein. Nein, da mit Würde, Ruhe und Selbstrespekt kann ich mir Hilfe holen oder nötige Schritte einleiten. Aber das ist ein sehr hohes Level an Betroffenheit. Meines Erachtens, wo ich eingeschränkt bin oder bedroht bin, bei vielen Sachen kann ich einfach ablassen. Und was dann passieren wird, das ist ein subtiles Spiel der Energien. Solange ich mich über etwas aufrege, wird das zu mir kommen. Oder die Tendenz ist, dass die andere Person in dieser Beziehung das weitermacht. Und nicht aus Boshaftigkeit. Ich glaube wirklich, das ist ein Spiel der Energien. Wenn ich es schaffe, frei zu bleiben, respektvoll zu bleiben, mich nicht mehr aufzuregen, dann ändert sich das. Ich möchte eine Geschichte vorlesen, die uns auch bewusst macht, wie wir manchmal sehr beeinflusst werden in Beziehung von Annahmen. Also eine kurze Geschichte. Herr Sauter von der Marketingabteilung hat sich in letzter Zeit negativ verändert, was auf die Stimmung in der ganzen Abteilung schlägt. Er ist unhöflich, wortkarg und ungepflegt. All die netten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben viel Goodwill gezeigt und versucht, ihm ohne Vorurteile zu begegnen. Dass er am Morgen niemals grüsst, ist schon sehr unachtsam. Guten Morgen sagen kostet ja nichts. Dauernd vergisst er Dinge und schiebt die Schuld anderen zu. Gestern hat ein Mitarbeiter anlässlich seines eigenen Geburtstages Süßes für die Kaffeepause mitgebracht. Alle standen verknüht und dankbar da, aßen und plauderten einen Moment. Dann kam Sauter, nahm sich ein Kuchenstück und ging ohne sich zu bedanken wieder weg. Wir nervten uns alle. Am Nachmittag fehlte er und niemand wusste wieso. Merkt ihr, was mit den Gefühlen passiert, wenn ihr diese Geschichte zuhört? Schauen wir weiter. Doch heute Morgen wurde es allen zu viel, weil Frau Wiederkehr ihn ein zweites Mal um das Passwort für eine geschützte Excel-Datei gebeten hatte, schrie er sie laut an, knallte seine Agenda auf das Pult. Frau Wiederkehr erstarrte vor Schreck, was aber Herr Sauter nicht dazu bewog, sich zu entschuldigen. Was für eine Person ist Herr Sauter. Jetzt geht es weiter. Heute Nachmittag ist die Stimmung gut. Sauter ist an einer externen Schulung. Da kommt Frau Blum vom HR, von der Personalabteilung und lässt alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung versammeln. Sie informiert, dass das Kind von Herr Sauter an Krebs erkrankt sei und nicht mehr lange zu leben hätte. Sie bittet alle, mit Herrn Sauter nachsichtig zu sein und stellt ihnen Aussicht, dass er eventuell ein paar Tage von der Arbeit wegbleiben würde, falls die Belastung für ihn zu gross wäre. Am nächsten Tag öffnet sich die Bürotür. Herr Sauter kommt zu spät. Es sieht übernächtigt und ungepflegt aus, schlecht gelaunt und sehr traurig. Ihr merkt, was ich mit dieser erfundenen Geschichte sagen will. Wir wissen nicht, was in anderen Menschen los ist. Wir wissen die Geschichte von niemandem. Wir wissen nicht, mit was für einem Packli eine Seele kommt von vorherigen Leben oder aus Belastungen jetzt in der Familie an der Arbeit. Wir wissen einfach nicht. Und deshalb können wir uns auch sagen, wenn sich andere schwierig verhalten gegen uns, ja, ich weiss nicht warum. Ich weiss wirklich nicht warum. Und so ist es immer gut, irgendwie ein großes Herz zu haben, ein starkes Herz selber nicht zu empfindlich sein. Die Wirkung der Gedanken Wenn es in einer Beziehung schwierig ist und ich konstant negative Gedanken habe über diese Person, dann ist es Energie, die konstant fließt. Erstens mal erschaffe ich mir selber Spannung, das passiert als erstes, Spannung im Geist, dann Spannung im Körper und dann diese Energie, die ist auch wirksam über Distanz und die andere Person, die empfängt das und die ist dann auch verunsichert. Es gibt kaum etwas, was einem so sehr verunsichert, als wenn man merkt, jemand mag mich nicht. Es ist schwierig nur schon locker zu sein, es ist selbst schwierig ehrlich zu sein vor jemandem, von dem ich weiss, dass er mich nicht mag. Es ist auch schwierig natürlich zu sein, es ist sehr schwierig mich zu ändern. Und so wir müssen uns bewusst sein, dass diese Energie einen Einfluss hat. Und so wie wir über andere denken, hat einen Einfluss auf andere, auf mich, aber vor allem auch, wie ich über mich selber denke. So wenn ich mich innerlich sehr gut fühle, entspannt bin, wenn ich innerlich glücklich bin, dann kann ich ganz anders in Situationen umgehen und dann schaffe ich es viel mehr nicht über die herumliegenden Socken zu denken. Und das ist eine Methode, die ganz wichtig ist, die wir jeden Tag für uns anwenden können, das Gespräch mit uns selbst. Und zwar ein sehr liebevolles Gespräch. So wie man einem Kind erklärt, hey, komm, das spielt doch keine Rolle, lass das sein, lass das sein, denk nicht mehr darüber nach, der andere ist okay, das sind doch kleine Dinge, sei glücklich, bis einfach zufrieden, sei zufrieden, sei kraftvoll, mache den anderen zufrieden, ihr könnt es mal ausprobieren, einfach mal so fünf Minuten zu sprechen, das ist sehr schön, die Wirkung, jetzt wo ich mit euch so spreche und das ausprobiere, ich merke innerlich, wie mir das gut tut und wie irgendwie das Herz wächst und so und das ist sehr heilsam für die Beziehung mit mir selber und natürlich dann mit anderen auch wenn ich so mit mir spreche komm sei einfach glücklich denk nicht über solche Belanglosigkeit nahe die Welt braucht jetzt Leute die es schaffen nicht über kleine Dinge nachzudenken full stop da es ist eine sehr eine sehr wichtige Methode so mit sich zu sprechen so jetzt kommen wir zur Methode für die nächste Woche einfach etwas das ich euch vorschlagen möchte wie könnt ihr experimentieren so ich hoffe während diesen Ausführungen habt ihr im Hinterkopf jetzt diese ja sagen wir zwei zwei drei Beziehungen gehabt von denen ihr denkt ja da möchte ich entspannter sein da möchte ich weniger beeinflusst sein und jetzt wenn wir über die Methode sprechen dann denkt auch an diese Beziehung so ich habe in dieser kleinen Umfrage haben wir euch gefragt ja was sind denn eure Methoden um Gedanken zu entspannen um euch innerlich zu entspannen die Gedanken zu kontrollieren und das sind sehr schöne Dinge die ihr genannt habt und die sind hier aufgelistet einige haben gesagt einfach loslassen jemand hat gesagt Meditation andere Musik hören jemand hat gesagt mit dem inneren Kind sprechen sehr schön jemand hat gesagt ich achte auf meine Atmung oder ich suche ein Gespräch jemand hat gesagt ich mache Erdungsübungen dass man sich geerdet fühlt dass man nicht von kleinen Dingen so beeinflusst wird jemand sagt ich gehe einfach weg jemand hat gesagt ich bete oder Affirmationen mit denen kann man auch arbeiten Selbstliebe und Stille also vielen Dank für eure Beiträge auch bevor ich zu dieser Folie komme möchte ich kurz anschauen was passiert eigentlich in einer Beziehung die schwierig ist nach meinem Empfinden passieren zwei Dinge diese Person mit der ich die Beziehung schwierig finde ich bin vorsichtig ich sage nicht die Person ist schwierig weil die ist vielleicht gar nicht schwierig aber es löst in mir etwas aus wenn das passiert da sind zwei Dinge innerlich aktiv erstens mal ist diese Person ganz nahe wenn man sich die Augen schließt und an diese Person denkt ganz nahe so fast ein bisschen bedrohlich nach nahe und so das was einem dann Kummer bereitet oder was ich Herausforderung finde ist dann noch so nahe und das kann ich dieses Bild erst einmal kann ich innerlich korrigieren Moment Abstand 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 und das ist etwas das ich innerlich mit meiner Vorstellung machen kann ich kann das gerade ausprobieren so mit dieser Person wo ihr findet ja die Beziehung ist angespannt ok dann wenigstens auch einen guten Sicherheitsabstand du bist du und ich bin ich und diesen Abstand immer wieder herstellen immer wieder herstellen das gibt immer ein Gefühl der Sicherheit zweitens vor allem wenn ich zum Beispiel kritisiert werde wenn jemand riskierendes verhalten zeigt so ganz stark auftritt fast ein bisschen gewalttätig oder wenn jemand sagt ich beurteile du solltest das tun zu erstens mal ganz nahe ist das innerlich zweitens ich tue verallgemeinern das ist mir völlig klar zweitens fühle ich mich klein und die andere Person ist in meinem Empfinden groß und stark und übt einen mächtigen Einfluss aus mich aus auf mich das heißt ich fühle mich als Opfer ja ich bin klein und ich kann nichts ausrichten der andere ist groß und stark und dieses Bild ist meine eigene Schöpfung dieses Bild ist meine eigene Schöpfung und diese eigene Schöpfung die kann ich innerlich verändern und zwar komme ich in meinen Selbstrespekt in meine Würde in meine Kraft in Indien gibt es ein wunderschönes Symbol für eine Seele die voll in ihrer Würde ist voll in ihrer Kraft die alle Qualitäten zeigt die nicht nur kraftvoll ist aber auch liebevoll friedvoll stabil wie eine kaiserin wie ein kaiser königin könig und ich spreche von diesem bild so lags reihen und mein vorschlag ist dass in einer schwierigen beziehung begebe ich mich innerlich in ein solches bewusstsein ja ich bin sehr wirtevoll ich bin sehr kraftvoll und dann die andere person achtung nicht erschrecken das ist nicht so ich habe ihr einen Bettler gezeigt und der hält ein Schild love please bitte gib mir Liebe bitte gib mir Aufmerksamkeit wenn jemand so stark übermäßig stark auftritt oder mich kritisiert mich klein machen will das heißt diese Seele hat keine Kraft und nicht wie ich das Bild innerlich habe dass diese Person sehr kraftvoll ist nein diese Person hat keine Kraft das Bild kann ich innerlich korrigieren das ist wie ein Bettler aber dieser Bettler ist mein Bruder meine Schwester und nicht jemand der mich nichts angeht so ich könnte auch ein Kind hier zeichnen ein Kind das etwas will und wenn ich dieses Bild so korrigiere dann begebe ich mich in eine Position wo ich nicht eingeschüchtert bin so wo ich nicht selber auf das Niveau des Bettlers des Kindes runter geht weil was passiert sonst jemand greift mich an ich komme auf dasselbe lieber zurück runter und da gibt es dann einfach keine Lösung so jemand sagt etwas dann hört gar nicht zu so sagt auch seine Meinung und keine Lösung aber wenn wenn jemand mich kritisiert wenn jemand riskiert ins verhalten zeigt wenn jemand sagt du solltest du solltest du solltest du solltest oder was auch immer wenn ich zuerst einmal einfach in meiner würde bleiben und respekt aufrechterhalten respekt das heißt achtung das heißt nicht man darf mit mir machen was ich will was wir wollen nein aber wenn ich sage zum beispiel nein das möchte ich nicht machen dann sage ich das mit respekt tut mir leid dass da kann ich jetzt nicht kooperieren oder ich sehe ja ich kann da wirklich etwas machen aber die andere person ist frei unfreundlich dann habe ich die größen sage ok klar mache ich für dich oder einfach zuhören was will dieses kind oder diese bettler was will sie oder er wirklich und diese aufmerksamkeit einfach zuzuhören unvoreingenommen und dann zu merken ach so eigentlich braucht ich sage jetzt mal diese seele einfach meine aufmerksamkeit oder vielleicht merke ich ach so diese person hat angst deshalb verhält sie sich aggressiv und dann kann ich das aussprechen und schon verändert sich die ganze energie und die beziehung auch so die übung für die nächste woche und nachher das ziel von dieser sonntagabendserie ist ja immer dass wir eine übung kennenlernen aber dann dass wir die mit dieser übung arbeiten wer möchte natürlich die woche hindurch und dass wir die am abend sonntagabend gerade mal ausprobieren nicht dass es nur theorie ist und dann müsst ihr selber ausbühren die nächste woche nein wir probieren es zusammen aus und dann könnt ihr das vertiefen die woche und jetzt nochmals zum heutigen titel mit gedanken beziehungen heilen und das ist eigentlich mit diesem bild dargestellt wenn egal wie sich die anderen zeigen wenn ich es schaffe in meiner würde zu bleiben innerlich diesen abstand zu halten wenn ich es schaffe in meiner kraft zu bleiben und nicht klein zu werden und dann aus dieser inneren würde dem anderen respekt gebe und ich denke nein der hat das nicht verdient doch ich gebe respekt jeder mensch jede seele verdient meinen respekt auch wenn er sie keinen respekt zeigt aber aus dieser würde kann ich sehr sanft sein aber ich kann auch stark sein aber nicht würdelos und stark sondern würdevoll und stark friedvoll und stark und da kann dann jemand zum beispiel die richtige reaktion sein in einer situation wie jemand geschild beschrieben hat wenn es die situation verlangt einfach weg zu gehen einfach weg zu gehen anstatt in einen kampf zu gehen das sind einfach beispiele die ich die ich bringe in der hoffnung dass das dass das für euch relevanz hat so das ist ein bild für die nächste woche wir behalten dieses ziel behalten wir als höchste priorität höchste priorität und ich meine wirklich höchste priorität weil wenn ich es schaffe in diesem bewusstsein zu bleiben dann hat das ein positive auswirkung auf die beziehungen auf meine gesundheit auf meine arbeit nur positive auswirkungen deshalb darf das die höchste priorität haben also um mich an den zeitlichen rahmen zu halten einigermassen möchte ich so vorgehen wir machen jetzt diese meditationsübung als vorbereitung für die nächste woche damit ihr wisst was ihr üben könnte nächste woche wenn ihr wollt und nachher möchte ich noch einen moment und diejenigen die dann sagen gut ich habe mich eingestellt auf diese 45 minuten die können gerne gehen wer noch eine frage hat kann die diese in den chat schreiben und ich kann gerne versuchen das zu beantworten so dass wir dann sicher kurz vor sieben enden können aber so dass es ein bisschen ein interaktives element auch noch hat dann machen wir diese übung jetzt für uns mal live damit ihr ein gefühl dafür bekommen es ist euch gerade hin ich könnte die augen leicht geöffnet halten und bei euch auf den boden schauen oder auf die wand fallen lassen oder die augen geschlossen halten wie euch wohl ist ihr könnt auch auf dem bildschirm auf diesen lichtpunkt da hinten schauen das geht auch und jetzt kommt innerlich einfach zur ruhe ich denke nicht mal ich meditiere ich denke nicht dass ich eine übung mache sondern ich komme einfach an in meinem inneren frieden ich werde innerlich ganz friedvoll ganz entspannt sehr weich und sehr stark nochmals schaue ich ob die muskeln entspannt sind oder mein atem ruhig fließt und dann erschaffe ich innerlich ein bild von mir wie ich groß liebevoll und stark bin du kannst ein bild nehmen das sich inspiriert oder dich selber vorstellen und stell dich vor wie körper und geist sich aus denen aus denen aus denen der körper und der geist innerlich und ich sehe mich wirklich als königliches wesen sehr wirkte vor ich kann mir das vorstellen weil es eigentlich meiner wahren natur entspricht ich kann mir das vorstellen weil es eigentlich meiner wahren natur entspricht und jetzt in einem guten abstand stelle die person vor mit der du eine schwierige beziehung hast behalte den abstand bei lass diese person nicht neu kommen du bist ein würdevolles wesen nichts und niemand kann dir zur nahe kommen behalte diesen abstand und diese person ist kleiner als du vielleicht wie ein kind und verstehe dass diese person dich vielleicht nicht richtig behandelt weil sie keine kraft hat weil sie vielleicht zu viele gedanken hat vielleicht fehlt dir selbstrespekt selbstliebe behalte den abstand bei behalte deine größe bei geist und körper habe eine sehr große dimension angenommen und jetzt bringe diese seele diese person vor dir einfach gute gefühle entgegen ich wünsche dir dass du frieden erfahren kannst ich wünsche dir dass du dich lieben kannst ich wünsche dir dass du glücklich sein kannst und jetzt noch eine minute halt an diesem bild fest mit guten gefühlen für dich mit guten gefühlen für die andere person siehe wie sie lächelt ihr beide lächelt halt an diesem bild für eine minute fest die 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 Okay, vielen Dank. So, das ist, was wir umsetzen können die nächste Woche. Und nächste Woche haben wir ein anderes Thema. Ich werde jetzt noch auf den Chat schauen, um zu sehen, ob Fragen da sind. Wer möchte, kann gehen. Und wer möchte, kann noch zur Frage-Antwort-Runde bleiben. Aber schon mal vielen Dank fürs Dabeisein. Und jetzt sehe ich im Chat, da gibt es eine Frage. Ist es nicht ein wenig heikel, eine Person mit grundsätzlich guten Seelenqualitäten auf Distanz zu halten? Wie kann ich das beziehungsmäßig Schwierige draussen lassen und einzig die gute Seele sehen? Ja, sehr schön. Ich glaube eben, dass, wenn wir das machen, diese Distanz herstellen, ich glaube, dass wir da etwas zurechtrücken, was eigentlich normal ist. Wenn wir kraftvoll sind, dann gibt es so diese, ich sage nicht die Erwendung, aber diesen Ausdruck in der Spiritualität. Liebevoll und losgelöst. Aber in einem kraftvollen Zustand sind wir wirklich losgelöst. Und wir kommen in die Realität, ja, jeder von uns ist alleine unterwegs. Zusammen und alleine. Und diese Distanz, die hilft uns eigentlich, Respekt beizubehalten. Das zu nahe sein, das kommt uns nur zu nahe, weil wir nicht in unserer Kraft sind. Wir sagen ja selbst im physischen, man spricht ja auch von einem Sicherheitsabstand. Ja, es gibt so einen Abstand und wenn eine Person da draussen ist, dann ist einem wohl. Wenn aber diese Person im Gespräch immer wieder in diesen Sicherheitsabstand kommt, in diesen Sicherheitsraum, automatisch gehen wir einen Schritt zurück, weil es fühlt sich nicht angenehm, aber auch nicht natürlich an. Und deshalb, wenn wir das Innerliche so erfahren, wir sind so hoch, das heisst, ich habe die Kraft nicht, meinen Sicherheitsabstand beizubehalten. Und wenn ich durchs Leben gehe, immer mit diesem Sicherheitsabstand, dann wird es ein Schutz für mich sein. Es ist aber auch ein Schutz für andere, dass ich nicht wegen Kleinigkeiten reklamiere, kritisiere. Das ist auch ein Zeichen von fehlender Kraft in mir. Also dieser Sicherheitsabstand, das ist etwas sehr, sehr Gesundes. Und ich bin sicher, das Resultat ist nicht Kälte. Wir sind nicht kalt. Im Gegenteil, wir sind dann offen zu allen, weil wir können es uns leisten. Wir fühlen uns sicher. Und deshalb können wir offen sein, respektvoll, selbst gegenüber solchen Menschen, die uns im Moment diesen Respekt nicht zeigen können. Aber noch etwas anderes ist gestanden, was sehr schön ist. Genau, jede Seele ist eigentlich frittvoll, glücklich, kraftvoll, auch wenn sie sie im Moment nicht zeigen können. So, und dann im Selbstgespräch mit mir selber schaue ich zu, dass ich selber in diesem Zustand bleiben kann. Und dann kann ich es auch im Anderen wecken. Aber nur dann, ich kann nicht den Frieden im Anderen wecken, wenn ich selber friedlos bin. Man sagt, für diejenigen, die Frieden in der Welt erschaffen wollen, die müssen selber sehr, sehr friedvoll sein. So, danke für diese Frage. Dann gibt es noch zwei Fragen. Wie bleibe ich in meiner Kraft, wenn mir eine Person unsympathisch ist und mich aufregt? Danke für diese Frage. Manchmal ist es einfach ein Charakterzug oder eine Verhaltensweise von einer Person. Das fängt an, ich nehme das wahr und dann passiert es. Mein Fokus wird enger und enger und enger und leider, muss ich sagen, reduziere ich diese Person auf diese eine Schwäche. Und zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, an der Arbeit, jemand ist faul, dann werde ich mit der Zeit das überall bestätigt sehen. Überall, oh, schau mal, oh, die hat wieder lange Pause gemacht, diese Person. Die steht jetzt wiederum, hat ja nicht keine Arbeit. Warum kommt es jetzt am Morgen so spät? Überall, wieder nur ein Beispiel. So, zwei Sachen. Das Erste ist, an dieser Person suchen, worin ist diese Person wirklich gut? Und da findet man das vielleicht nicht schnell heraus. Da muss ich mir vielleicht wirklich richtig Mühe geben, was ist eine Spezialität von dieser Seele? Und dann werde ich vielleicht finden, zum Beispiel, jemand ist etwas, so etwas forsch, etwas so, vielleicht fast ein bisschen aggressiv. Aber dann werde ich vielleicht sehen, oh wow, diese Person kann aber zu ihrer Meinung stehen. Oder diese Person hat, die drückt aus, was sie denkt. Oder vielleicht ist es aber etwas ganz anderes. Aber wenn ich es schaffe, was hat diese Person, wo ich wirklich von Herzen finde, ja, das ist eine Spezialität. Und wenn ich dann es schaffe, und das ist eine grosse innere Bemühung, wenn ich es schaffe, mich auch darauf zu konzentrieren, dann komme ich weg von meinen negativen Gefühlen. Und das ist eine Arbeit, die sich zuerst mal für mich lohnt, diese innere Arbeit, und natürlich auch für die andere Person. Es gibt eine lustige Methode, die auch noch sehr hilft, wenn man sich diese Person als Schauspieler, als Schauspielerin vorstellt. Zum Beispiel, jemand ist geizig, übertrieben geizig, und mich nervt das. Ein Beispiel. Und dann sage ich mir, oh, die spielt aber ihre Rolle wirklich, wirklich gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand diese Rolle so gut spielen könnte. Und diese innere Einstellung, das ist eine Schauspielerin auf dieser Weltenbühne. Und die spielt ihre Rolle. Wie im Theaterstück. Jemand ist geizig auf der Bühne. Ja, der muss doch diese Rolle spielen. Was kann er dafür? Und genau so, diese Weltenbühne, spielt jemand eine solche Rolle. Und das hilft einem, dass man davon weggehen kann, dass man sich so aufregt. Und wirkt immer wieder, auch das hat mit Gedankenkontrolle zu tun. Nein, ich entsage jetzt, ich verzichte darauf, mir innerlich wieder zu sagen, ja, schau, es ist so, und das hat sie jetzt wieder gemacht. Und das wird wie eine Sucht, dass wir über die Schwäche von jemandem nachdenken. Und da entsagen wir und sagen, ach komm, schau doch mal, wie die das gut macht. Wie die ihre Rolle perfekt spielt. Und schau, dafür hat sie diese Qualität. Für diese innere Selbstdialoge ändern, meine Gefühle ändern sich, meine Beziehung ändern sich. Und da kann ich wirklich sagen, dafür lege ich die Handlungsfeuer. Mein innerer Dialog ändert sich, mein Gefühl ändert sich, und dann die Beziehung ändert sich. So, und dann das Letzte noch. In my imagination, I put a person far away, but he escapes and comes towards me. How can I keep him away? He uses all tricks to come closer. So gut, great, thanks so much. So, Jafar schreibt, wenn ich mir das vorstelle, dass diese Person im Abstand ist, dann entwischt er immer wieder. Und er kommt immer wieder, mit anderen Tricks, kommt er immer wieder näher. So, und dann, was kann ich machen? Vielleicht ist es, also, was mir zum Beispiel hilft, das mache ich wie manchmal in einer Meditationsübung, man stellt sich, jetzt wird sich wieder ganz gross und stark vor, würdevoll, und dann kann ich mir vorstellen, das ist eine dicke Glasmauer. eine dicke Glasmauer. Und hinter dieser Glasmauer befindet sich diese Person. Und ich sehe dann eigentlich zum Beispiel hinter dieser Person, hinter dieser Glasmauer, wie zum Beispiel diese Person eigentlich traurig ist. Oder verletzt. Oder unzufrieren. Und ich kann es mit Abstand betrachten. Und wieder, meine Gefühle ändern sich. Ich verstehe dann plötzlich. Aber, es ist gut möglich, dass selbst das nicht funktioniert. Dass dann diese Person durch die Glasmauer hindurchkommt. Und ich, also ich habe mir das nie überlegt, aber ich finde es ein geniales Beispiel. Ich glaube, das zeigt, wie entschlossen wir hier oben sein müssen. Das heisst, wenn du das übst, drei, vier, fünf Tage lang, mit Geduld und Respekt, nein, du behältst bitte deinen Abstand. Und dann kommt er wieder, nein. Nein, ich möchte meinen Sicherheitsabstand. Du bleibst bitte draussen. Du bist du, und ich bin ich. immer wieder zurechtdrücken. Bis das eigene Bewusstsein akzeptiert, jawohl, ich kann diesen Abstand einhalten. Wenn es nicht geschieht, heisst das, dass ich innerlich selber nicht wirklich akzeptiere, dass ich das kann. Oder dass sich der andere daran halten kann. Und einfach das Bild wieder zurechtdrücken. Mit Geduld, mit Geduld. Das ist die schöne innere Arbeit. Bis es geht, und dann gibt es eine Änderung. So, okay. Dann möchte ich an dieser Stelle abschließen. Ich danke euch vielmals fürs Dabeisein, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal, am nächsten Sonntag. Eine gute, kraftvolle Woche. Okay. Om Shanti, und auf Wiederschauen. und auf Wiederschauen.